Das ergab laut Turbine-Mitteilung am Freitag eine MRT-Untersuchung. Die 26-Jährige, wegen der Verletzung bereits im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag beim 1. FFC Frankfurt 2 zu 0, gefehlt hatte, muss am Mittwoch operiert werden. Für mich kam Nachricht, dass meine Knieschmerzen eine so ernsthafte Verletzung mit einer so langen Pause nach sich ziehen werden. Völlig überraschend, sagte Olympiasiegerin, Turbine nach der Saison verlassen wird. Nach Club-Angaben waren Schmerzen im Training am Sonntag aufgetreten.